Ein Fall, der verstört. Ein Experte in Sachen Medienrecht ist Tobias Keber. Er ist mit digitaler Ethik bestens vertraut und seit 2012 Professor an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Dort begrüße ich ihn jetzt, Herr Keber, einen wunderschönen guten Abend. Grüß Sie, Herr Schneeberger. Herr Keber, eine Mutter will wissen, ob ihre Tochter vielleicht Selbstmord begangen hat, woran sie gestorben ist. Jetzt kann das nicht restlos geklärt werden. Ist das gerecht? Ja, was ist gerecht? Recht hat Ausgleichsfunktionen und Sie haben hier ein Spannungsfeld, das auch sehr deutlich in der ersten und in der zweiten Instanz zum Tragen kommt. Also bei der ersten Instanz war ja noch entschieden worden, die Zugriffsrechte bestehen. Bei der zweiten ist jetzt das Fernmeldegeheimnis im Raum. Das heißt also, Datenschutzinteressen Dritter, nämlich die Datenschutzinteressen der Kommunikationspartner der Tochter, deren Chatverläufe ja jetzt mit Herausgabe des Zugriffs oder des Passworts letztlich offenbar würden. Und da sagt das Gericht, das funktioniert nicht. Auch wenn man so etwas vererben könnte, stehen hier die Datenschutzinteressen Dritter entgegen. Das erscheint ein äußerst ungewöhnliches Urteil zu sein. Nehmen wir als Analogbeispiel zum Beispiel Briefe, einen Briefwechsel. Würde der in dem Zimmer der Tochter gefunden werden, wäre dieser Briefwechsel vererbbar. Der digitale Chat zu den Entscheidungen des Gerichts heute ist offenbar nicht vererbbar. Warum wird hier so stark unterschieden? Sie haben hier definitiv einen Wertungswiderspruch zwischen der analogen und der digitalen Welt. Es ist tatsächlich so, die Briefe, die möglicherweise auch höchstpersönliche Informationen Dritter, also Freunde hier der Tochter enthalten, dürfen von der Mutter gelesen werden, weil sie Teil der Erbmasse sind. Und wenn die sogar verschlossen sind in einer Schublade in dem Zimmer, dann darf die Mutter die Schublade aufbrechen und hier diese Briefe zur Kenntnis nehmen. Dort greift das Fernmeldegeheimnis nicht, weil der Kommunikationsvorgang abgeschlossen ist. Das heißt also, der Brief ist ja letztlich bei der Tochter schon angekommen und vor diesem Hintergrund ist es Teil der Erbmasse. Das ist allerdings ein Wertungswiderspruch, wenn sie heute digital kommunizieren, ganz richtig. Es geht ja nicht nur um die Informationskanäle, sondern auch um die Inhalte. Also nicht nur, wer hat mit der Tochter kommuniziert, sondern vermutlich auch, was wurde gesagt. Und hier steht ja im Raum, dass möglicherweise ein Mobbing geschehen ist und dass die Tochter deshalb eventuell Suizid begangen haben könnte. Bedeutet dieses Urteil heute, dass jetzt Hasspostings Tür und Tor geöffnet sind? Nein, das denke ich nicht. Ein unmittelbarer Zusammenhang besteht hier nicht. Wir sind momentan dabei, mehr zu tun gegen Hatespeech. Wir haben ja einen Gesetzesentwurf, der im Raum steht, der mehr Verantwortlichkeiten für Facebook begründet, der insbesondere dafür sorgen soll, dass Facebook im Fall von Hatespeech schneller reagiert und, wenn sie das nicht tun, gegebenenfalls mit einem sehr hohen Bußgeld belegt werden kann. Ob dieser Gesetzesentwurf allerdings geeignet ist, die Interessen, die sehr unterschiedlich sind, sie haben multipolare Grundrechtssituationen, in denen die Meinungsfreiheit der Äußernden abgewogen werden muss, auch mit den Persönlichkeitsrechten von anderen. Facebook als Intermediär steht dazwischen. Das heißt, eine hochkomplexe Situation und da habe ich Zweifel, ob der Gesetzesentwurf das wirklich sachgerecht austariert. Der Gesetzeswurf von Justizminister Heiko Maas sieht ja auch Bußgelder in der Höhe von bis zu 50 Millionen Euro vor. Ist das verhältnismäßig? Natürlich gibt es einen Rahmen. Das heißt also, die 50 Millionen werden nicht in jedem Fall, der denkbar ist, fällig, sondern das ist die absolute Höchstgrenze. Aber die Idee dahinter ist, eine abschreckende Wirkung, also eine Strafe in einer Höhe hier zu haben, die auch geeignet ist, ein multinationales Unternehmen zu beeindrucken. Sie haben das ganz ähnlich auch bei der Datenschutzgrundverordnung und Google und hier auch eben recht auf Vergessenwerden, was hier diskutiert wurde. Auch in der Datenschutzgrundverordnung werden Unternehmen künftig mit sehr hohen Strafen bedroht, wenn sie den Datenschutz nicht ernst nehmen. Vor diesem Hintergrund braucht man, so die Idee, diese hohen Sanktionsandrohungen, um bei diesen Unternehmen auch zu beeindrucken. Herr Keber, Hasspostings sind sehr gefährlich. Was würden denn Sie den Usern empfehlen, wie man sich am besten schützen kann? Schützen ist schwierig, aber dagegen mitmachen wäre wichtig. Das heißt also, wenn man Hasspostings sieht, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, auch Counterspeech, das heißt also, dass man hier auch klar macht, also nicht schweigend bleibt, sondern klar macht, das geht nicht, hier ist eine Außengrenze, das möchte ich im Netz nicht haben. Sie setzen also auf Bewusstseinsbildung. Herzlichen Dank für das informative Gespräch und einen herzlichen Gruß nach Stuttgart. Vielen Dank nach Mainz.